Einen wunderschönen guten Tag, wie wir nun da jetzt bekommen, in einer neuen Folge von Astrobot. Es geht in die lange Sternstraße. Neues Gebiet. Ich hab Bock. Und tschüss. Okay. Ich könnte wahrscheinlich den hier bereits freischalten, oder? Ah, ne. Das erste muss ich definitiv machen. Okay. Zeit-Lupen-Casino. Sieben hat's hier. Wie immer, ha? Dann let's go. Ab ins Casino. Besser 70. Oh Gott im Himmel. Okay. 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 Oh, shit. So. Okay. Alter. Was macht ihr denn da? Lass ich mal hoch da. Komm. Ey. Kann hier nicht hoch. Ah, doch. Ich kann da ziehen. Guck mal. Aha. Was ist das? Ah, das ist dann die Zeitlupe. Okay. Cool. Na dann. Schauen wir uns mal alles an hier. Das ist nix. Kann ich hier schwimmen? Hm. Oder macht die da mal noch weg? Danke. Hier. Saat mal. Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Ja. Ja. Oh, fuck. Äh. Wenn ich das... Oh, ne. Das ist nix. Okay. Ne, warte. Ja. Und dann ab. War da noch was? Das sind Zauben. Ne, da komm ich nicht hoch. Okay. Warte, mach die auch noch schon weg da. Easy. Was haben wir hier noch? Und ab. Aha. Wohin muss ich... Oh, fuck. Oh, Alter. Ich hab' ich Glück gehabt. Oh, Jesus. Okay. Aber was muss ich hier machen? Muss ich denn... Aha. Da komm ich hoch. Okay. Da ist der erste kleine Bot. Hi. Komm mit, mein Lieber. Sehr gut. Na dann. Gehen wir mal rein hier in die Spielhölle. Einfach durchlaufen kann ich. Okay. Na dann. Moin, moin. Ey. Was haben wir hier? Oh. Da muss ich ein bisschen besser gucken, ne? Der so. Ne. Da krieg ich ein Bot. Guck mal. Oh, scheiße. Okay. Nein, das war schlecht. Ah. Knapp zu langsam. Da. Ähm. Ne, da krieg ich keinen Bot. Okay. Gleich hier. Ah, zu schnell. Ja, ne. Das war zu langsam. Wieder zu langsam. Aber ganz knapp. Jetzt aber. So. Mal hier. Das haben wir hier noch. Oh boy. Ah. Ah. Ah, an dir können wir das selbe machen. Guck mal. Sehr gut. Ey. Okay. Okay, das ist auch cool. Grinchot aufnehmen. So. Und wir gehen. Nein, geh weg da. Okay. Was haben wir hier noch? Genau das gleiche. Ah. Ja. Wunderbare Sache. Das können wir auch noch. Oh, ein Sparschwein. Guck da. Okay. Das ist natürlich nicht. Nein. Ganz knapp. Ja, ist wieder. Fuck. Okay. Jetzt aber. So. Hi. Zeit für den Hauptgäng. Die Zeitangehalt und den Checkpoint bei allen Pferdomaten in Zeitgucken-Casino gewonnen. So. Wunderbar. Gut. Gut, dann können wir weitergehen, würde ich sagen. So. Und hopp. Weg mit denen. Danke. Uuuh. Scheiße. Ich habe gespät gesehen, dass der da Kapriolen macht. Ja, komm. Ja. Durchlaufen. Oh, kann ich den noch schnell erledigen? Komm. Easy. Weiter geht's. Okay. Okay. Ja. Jetzt rein wir den. Sehr schön. Drei von drei. Dann hier die Zeit anhalten. Ja. Hey. Nochmal Zeit anhalten. Ja. Weg da. Okay. Hm. Na komm. Ja. Ja. Ich muss auch easy hinkriegen. Zack. Und zack. Wunderbar. Okay. Hier. Oh Gott. Das könnte... Nee, es funktioniert. Okay. Sehr gut. Aber geht's auch? Da. Was haben wir hier so? Nichts. Guck mal, was ist denn da unten? Ein Puzzlestück. Okay. Oh, ich habe schon eins verpasst. Okay. Oh. Dachte, ich gehe dann einfach mit mit dem Roulette. Aber nee. Falsch gedacht. Okay. Hab ich denn ein Puzzlestück verkauft... Äh, verkauft. Ja, verpasst. Da macht er... Oh Gott. Stimmt. Ja, weg da. Komm. Na los. Komm mal runter da. Hopp. Kein halt nicht. Scheiße. Oh, nein. Das war schlecht. Das Chamäleon nochmal. Zack. Oh, nee. Das ist nicht gut. Warte. Kann ich denn so eine Karte... ...werfen? Nee. Das geht nicht. Aber ich kann die als... ...Pattform benutzen. So. Okay. Oh boy. So. Easy. Ich habe heute das Gefühl, dass hier ein Bot gewesen wäre. Komm. Und zack. Warte hier. Da kann er wahrscheinlich so nach drüben gehen. Genau. Ai, ai, ai. Überall dranhauen. Eh, nix da. Okay. Ähm. Sonst so. Okay. Okay, was ist hier? Ah. Okay. Ah, die gehen nach unten. Muss ich denn alle nach unten machen, oder... Warte mal. Ja, da ist ein Bot versteckt. Da. Da. Lass mal das ganze Geld mitnehmen. Und dann... Peng. Da haben wir den Burschen. So, Deli. Okay, wir können wieder gehen. Let's go. Äh, hier. Können wir weiter. Was kommt denn hier? Sehr gut. Oh Gott. Nee, das reicht nicht. Ah, fuck. Da war ich ein bisschen übermütig, hä? Aha. Okay, warte mal. Was ist, wenn ich da... Hier hingeh' noch? Okay. Ja, guck mal. Aha. Easy. Rück. Na komm. Ja, bleib mal da. Dankeschön. Oh Gott. Äh, okay. Okay. Ich hab' alles im Griff. Guck mal da drüben. Guck mal, was wir hier haben. Wer bist du denn? Ich hab' zwei Bots verpasst. Nee. Nee, das kannst du nicht machen. Ich geh' mal wieder zurück. Geh' mal aber sowas wieder von zurück. Nee, es geht... Ich kann nicht zurück. Oh Gott. Wo hab' ich denn Bots verpasst? Keine Ahnung. Scheiße. Das kann ja wohl nicht sein hier. Okay, warte. Äh. Nein, mach' ich denn weg da. Zwei Stück hab' ich verpasst. Okay. Krasser Scheiß. Nee, ich hab' jetzt nicht gedacht. Aber okay. Ja. Geh' mal trotzdem mal nach drüben. Ich kann ja nicht mehr zurückgehen. Das ist so ein bisschen... ...das Problem. Keine Ahnung, was das da ist. Absache, wir kriegen noch ein bisschen Geld. Oh boy. Ja, okay. Funktioniert. Das ist das Wichtigste. Keine Ahnung, was das ist. Ei. Oh. You did it. Ah, so ein Stück hab' ich auch noch eins erwischt. Okay. Krass. Ha. Ja dann. Fuck. Ja, okay. Ähm. Eigentlich würde ich das gerne direkt nochmal machen. Ja, ich will die Dinger finden. Ne? Bin ich ehrlich. Ja, bin ich ehrlich. Die Dinger will ich finden. Ja. Ja. Easy. Okay, was ist das da? Oh. Was ist das? Äh. Freut mich das Ding jetzt einfach. Okay. Ja dann. Ich mach' noch auf hier. Zeig. Gut. Gut. Hör' nach drüben. Da erstmal alles wegmachen hier. Die Bord, die ich ja schon befreit hab', muss ich ja nicht nochmal befreien, ne? Ob das immer uns einig? So. Ja. Rein ins Kassilo. Komm. Die kann ich eigentlich auch direkt überspringen. Oh, shit. Äh. Okay. Dann den hier weg. Den da weg. Ja guck mal, jetzt gibt's ja einfach Geld, wenn ich den kleinen Bot finde. Oh, shit. Äh. Warte mal. Da. Da. So, weg da. Ja. Das Puzzlestück hab ich jetzt auch wieder nicht ge... Gut, ich hab auch nicht danach gesucht, wenn ich ehrlich bin. Da. Easy. Dann hier hoch. Eine, hopp. So. Dann wieder weg. Ähm. Frage ist jetzt natürlich... Wo könnte denn hier noch... Ah, da drüben! Da ist einer. Aber wie komm ich denn da hin? Das ist die Frage. Von da oben? Nee. Nee, warte mal. Ja. Und jetzt? Ah, guck mal. Hier, oder? Nee. Hier. Ja. Ja. Hallöchen! So, wirf du deine Karten. sehr gut der nächste come on, danke war ein bisschen knapp gewesen guck mal hier unten was haben wir denn hier wer ah, hier ist er ja, da haben wir alles, sehr gut sehr gut, sehr gut, sehr gut und der Vogel, der hat mir dann einfach gezeigt wo die Rechte sind, so, okay ah, shit gefährlich, aber okay so, jetzt können wir das zugänglich beenden, ne alle hab sehr gut das ist ja gerade, nein, die da da kommt mein Freund ja okay du, nee, das wird knapp ja, nee, okay, es reicht okay na mach mal hier gewonnen ja, fuck so, das geht dann wieder hier nach oben alle hab du, nee, du äh, nein, das war nicht gut fuck das war nicht gut go again nein, immer noch nicht gut ah ja, okay, doch das ist schon besser wunderbar weiter zack und dann nach oben wunderbar und weg mit dem sehr gut haben wir es noch noch geschafft ich muss warten bis er in der mitte ist okay ja sehr gut okay was erledigt dann sehen wir uns morgen wieder mit dem Badehaus Balkerei so, ihr sagt danke fürs Zuschauen habt einen schönen Tag macht's gut meine Lieben tschüss ich ju sab ich ich Bis zum nächsten Mal.